Moin und Waldmannsheil. Heute geht es um das Thema Shooting Tripods, wie es auf Neudeutsch heißt, sprich Stative oder Dreibeine. Ich habe lange überlegt, ist das jetzt ein Thema für Waldfeind Shooting oder Waldfeind Hunting? Aber wer Waldfeind schon lange folgt, der weiß, eines meiner ersten Projekte war die selbstgebaute Waffenauflage für ein altes Fotostativ, was ich mir damals umgebaut habe, für die Jagd auf Sauen am Felde, wenn man sich so einen kleinen Stand einrichtet mit dem Tarnnetz, um sich da eben einzurichten, die Waffe schon mal vorausgerichtet auf die Maiskante als Beispiel zu haben. Das Projekt ist dann fortgeführt worden in der Modifikation dieser Waffenauflage und hat dann natürlich auch Einzug gehalten beim Schießsport bei mir, beim PRS-Schießen, dass ich eben auch auf Dreibeinen und Waffenauflage zurückgreife. Und ja, was soll ich sagen, insofern war das ein Thema für Waldfeind Hunting, weil da sind die Wurzeln gelegt worden. Und tatsächlich ist es schießtechnisch gar nicht so der große Unterschied, ob ich ein Dreibein jetzt im Wettkampf nutze oder bei der Jagd nutze. Grundsätzlich kommt es auf die gleiche Handhabung an und auf die gleichen Schießfertigkeiten und auf das gleiche Training. Dazu gibt es aber nochmal ein separates Video. Thema Ausrüstung in dem Zusammenhang. Sunway-Foto war so freundlich, mir Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Sunway-Foto hat tatsächlich zwei Gründe. Da will ich ehrlich sein, ich habe schon Sunway-Produkte in meinem Sortiment, die habe ich mir selber gekauft und war damit zufrieden. Wollte jetzt aber nochmal upgraden von meinem doch, ich sage jetzt mal alten, schweren Davis & Sanford Dreibein, was es so auch gar nicht mehr zu kaufen gibt, auf ein Carbon-Dreibein. Weil gerade bei den Wettkämpfen, aber eben auch bei der Jagd, ist es mir wichtig, ein bisschen aufs Gewicht zu achten. Und bei Sunway-Foto bin ich fündig geworden, habe gesehen, die haben ein Dreibein aus Carbon, sogar mehrere. Das hat Chris Parkins auf seinem Kanal in ähnlicher Form schon mal vorgestellt. Da habe ich gedacht, das passt, das ist genau das, was ich suche, genau das, was ich haben möchte. Und insofern bin ich ganz offen an Sunway-Foto rangegangen und habe gesagt, hey komm, ich kaufe es mir so oder so, aber kommen wir nicht irgendwie zusammen. Und insofern, ja, das ist jetzt der Deal für euch. Eine Präsentation der Produkte und für mich einen günstigeren Einkaufspreis geschenkt, habe ich es trotzdem nicht gekriegt. So viel zu der Konstellation. Aber ja, ich habe lange überlegt, mache ich ein Unboxing, mache ich keins. Ich gucke mir gerne Unboxing-Videos an. Ich weiß, der ein oder andere von euch ist da nicht ganz so begeistert für. Aber ich packe hier unten den Timecode in die Beschreibung. Und wer jetzt keinen Bock aufs Unboxing hat, der springt einfach zu den jeweiligen Segmenten, wo ich dann im Detail auf die jeweiligen Produkte und auf die jeweiligen Ausrüstungsgegenstände eingehe. Aber los geht's. Eines der ersten Produkte, die ich mir damals zugelegt habe, ist diese einfache Adapterplatte. Und zwar macht die mich deshalb so an, weil die kann nämlich sowohl Acker-Schienen aufnehmen, ist mit einem Schnellspannhebel versehen, zusätzlich hier einer manuellen Einstellung der Weite. Sprich, Acker ist ja immer noch kein komplett einheitlicher Standard. Die großen Hersteller haben sich mittlerweile auf ein Maß committet. Aber gerade wenn man irgendwelche China-Produkte oder manchmal auch US-Produkte sich bestellt, dann muss man hier noch kurz nachregulieren. Geht aber schnell. Und es kann eben nicht nur Acker, es kann auch Picatinny. Und das in einer einzigen Adapterplatte. Ist für mich besonders wichtig, weil ich zwischen den Waffen wechseln kann. Ich habe an der Match-Waffe sowohl Acker als auch Picatinny. An den Jagdwaffen habe ich fast immer Picatinny. Und ich kann eben auch meine selbstgebaute Waffenauflage daran befestigen. Und das war im Grunde der Einstieg in die Geschichte. So konnte ich mein altes Shooting-Tripod aufwerten und universell nutzen. Die alte Platte kommt jetzt tatsächlich gar nicht mehr zum Einsatz. Und ich kann es natürlich auch für Fotografie nutzen. Kamera hat auch Acker-Schienen. Insofern einfach dann die Kamera drauf. Und das Dreibein, was ich hier jetzt habe, kann das Ganze nämlich auch. Aber packen wir einmal kurz aus. Es kommt alles immer sehr gut eingepackt. Das habe ich schon festgestellt. Gut heißt in dem Fall bruchsicher, solide verpackt. Aber jetzt nicht übermäßig irgendwelche fancy Verpackungen, die viel Geld kosten. Eine Tasche ist dabei. Und dann wartet hier nämlich schon das Carbon-Dreibein. Und wir haben hier noch eine Zubehörtasche mit auch noch viel Kram. Also schon mal eine Transporttasche. Gerade Carbon will man ja doch nicht, dass es im Auto irgendwo dann aneckt. Und so weiter. Ich packe einmal schnell das ganze Zubehör aus. So. Und da ist es auch schon. Spezifikation packe ich euch unten in die Kommentare. Sprich Gewicht, Maße und so weiter. Das könnt ihr da einmal nachlesen. Ich hatte schon mal eins in den Fingern, wie gesagt. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, die, wie heißt das, also der Verstellmechanismus. Sprich, ich habe hier drehen, festziehen, drehen, festziehen. Das geht mit einer Hand und ist sehr griffig. Das gefällt mir gut. Und ihr hört schon, dass die Luft da oben richtig rausweicht. Sprich, das ist so passgenau gefertigt, dass die Luft nicht mal hier am Lager des Beins vorbeiströmen kann, sondern wirklich oben aus einer kleinen Öffnung rausströmen muss. Es ist unglaublich flexibel einstellbar. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe hier eben entsprechende Rasten. Ich kann es ganz flach hinstellen. Ich kann es im Grunde dann auch zum Liegenschießen nutzen. Ich kann dann die Winkel anpassen, so wie ich es zum Schießen brauche auf die jeweilige Position, auf die jeweilige Höhe. Was mir auch gut gefällt, ich habe hier unten solide Gummifüße. Die kann ich abschrauben und habe dann hier im Zubehör auch gleich mitgeliefert, also nichts, was ich extra kaufen muss, so kleine Spikes, drei Stück. Da ist jeweils hier noch so ein O-Ring drauf. Dadurch klemmen die sich dann fest. Sprich, wenn ich dann doch mal auf Terrain unterwegs bin, wo die Gummifüße wegrutschen, wo ich mich richtig in den Boden reinkrallen muss. Spikes, ein kleines Loch drin, einfach mit einem Inmus-Schlüssel oder ähnlichem durch, um sie richtig anzuknallen. Handfest reicht aber meiner Erfahrung nach bei so den Füßen. Da kommt ja dann Gewicht von oben drauf und dadurch halten sie. Das ist schon mit dabei. Das finde ich schon mal unglaublich gut. Wir haben dann natürlich entsprechendes Zubehör. Nochmal Adapter. Nochmal eine Schraube für Standard-Stativgewinde. Inmus-Schlüssel, alle passenden sind schon dabei. Und eins, zwei. Und hier ist die dritte Aufnahme für verschiedene Stativköpfe. Ich habe eine Halbschale für diese Schwenkaufnahmen, Nike- und Schwenkaufbefestigung oder Schwenkköpfe. Ich habe eine große Adapterplatte, die einfach hier oben reinkommt, festgesetzt wird, um zum Beispiel dann wie hier extra Kugelköpfe von anderen Herstellern oder einen großen Kugelkopf meiner Wahl eben von Sunway zu benutzen. Und ich habe eben hier dann die Aufnahme für das Dreibein. Eine Stativadapterplatte ist auch bei. Und wie ich eben schon gesagt habe, hier ist, ich zeige euch das mal hier in der Kamera, hier ist dann die Aufnahme für Picatinny und Arca einstellbar mit Schnellverschluss direkt drauf. Die haben auch tatsächlich verschiedene Varianten im Angebot. Ich habe mich jetzt für diese hier entschieden, weil das meiner Schießpraxis am leicht oder am natürlichsten entgegenkommt. Sprich, ich habe die Waffe im Anschlag. Ich kann hier mit dem Daumen die Spannung auf den Kugelkopf bringen beziehungsweise dann festsetzen und ich habe die Waffe so sicher im Anschlag. Schießtechniken zeige ich euch im separaten Video. Wer eine andere Technik haben möchte, zum Beispiel hier mit dieser Neigeplatte, wird er auch fündig. Und im Zweifel kann man sich das eben dann immer noch umkonfigurieren, so wie man das braucht. Von der Verarbeitungsqualität macht das einen sehr, sehr guten Eindruck. Gewicht. Es ist ein bisschen schwerer als ich dachte, bin ich ehrlich, aber es ist auch massiv und es ist groß genug. Auszugslänge können wir uns noch einmal schnell angucken. Ist für meine Größe mit 1,90 tatsächlich auch sehr passend. Sprich, das ist jetzt die volle Auszugshuhe. Das wäre der Winkel. Ich habe die Waffe dann ja noch hier drauf. Sprich, die Waffe ist genau auf meiner Schulterhöhe, sodass ich gerade hinter der Waffe stehen kann und mich nicht krumm machen muss. Schauen wir uns noch einmal die Verarbeitungsqualität oben der Aufnahme an. Einfach rein, festklemmen. Wollte ich die Schiene? Ich habe jetzt ganz bewusst keine Waffe mitgebracht, weil sonst sperrt mich YouTube wieder für sämtliche Kommunikation, wenn hier irgendwie schon wieder zu viele Waffensachen auftauchen. Ich habe da, wie soll man sagen, gerade ein bisschen mit den Jungs zu kämpfen. Gucken wir einmal. Ich habe jetzt hier etwas längeren Hebel, aber ich kann hier rütteln. Der Tisch wackelt, aber hier oben im Stativkopf wackelt nichts. Dreh ich los, kann ich ausrichten, randrücken, fixieren. Fertig. Passt. Weniger Spiel als mein aktuelles Stativ. Passt, Feldtest, wartet auf uns. Nehmen wir nochmal die Platte raus, die können wir uns gleich nochmal im Detail angucken. Gut, wie gesagt, Zubehör, um dann auch flexibel zu sein. Sprich, wenn ich dann nur ein Stativ mitnehmen möchte, kann ich hier meinen Videokopf draufsetzen. Schießen, filmen, alles mit einem Stativ und einem schnellen Wechsel. Was habe ich mir sonst noch geordert? Einmal noch eine weitere Adapterplatte. Die ist eben von der Aufnahme hier sehr universell. Bei meinem bisherigen Kugelkopf passt sie sehr, sehr gut. Müsst ihr schauen, einige haben manchmal so eine schmalere Nut oben. Da könnte das ein bisschen wackeln, aber alle, ich sage jetzt mal, massiveren Standard-DSLR-Kugelköpfe oder Dreiwege-Neigeköpfe für Videokameras müssten eigentlich damit klarkommen. Schraube und Inmus-Schlüssel ist auch hier wieder dabei, plus ein kleines Packsäckchen, was ich glaube ich nicht brauchen werde, aber cool finde. Bei Packsäckchen kann man ja eigentlich nicht genug haben. Ja, und es ist halt eine saubere Schnellverstellung. Das kommt auf mein drittes Stativ. So habe ich dann alle drei Stative mit diesem Adapter ausgestattet, den ich sowohl für Arca als auch Picatinny nutzen kann. Jetzt kommt ein weiteres Highlight, was glaube ich für viele von euch interessant ist, die jetzt bei dem Thema ausgestiegen sind, Arca oder Picatinny. Denn es gibt auch eine Klammer, um jedwede Waffe auf dem Dreibein fixieren zu können. Ich kann das hier schon einmal auf den Kugelkopf packen. Sprich, ich habe hier jetzt die Möglichkeit, und das ist richtig solides Aluminium. Ich würde sogar sagen, nicht mal gegossenes, sondern wirklich aus dem Block gefrästes Aluminium. Also die Verarbeitungsqualität macht einen sehr guten Eindruck. Ja, sehr breite Auflage. Sprich, ich kriege tatsächlich auch so einen stickeren GIS-Schaft oder ähnliches mit rein. Kann aber auch auf ein sehr schlankes Maß runter fixieren. Also auch so den klassischen 98er-Vorderschaft werde ich hiermit fixieren können. Was mir gut gefällt, es ist eben schon komplett hier in den Sockel eingefräst. Die Arca-Schiene, sprich, ich habe kein zusätzliches Teil. Diese kleinen Stopperschrauben kann ich rausnehmen. Die verhindern halt, wenn ich es hier aufgesetzt habe, dass es rausrutschen kann. Wenn ich das flexibel verschieben möchte, kann ich die rausnehmen. Und ich habe hier trotzdem nochmal ein Viertel und drei Achtel Zoll Gewinde und auch richtig massive lange Gewinde. Sprich, die Gewinde gehen hier von hier unten bis hier oben durch den Block hindurch. Also sehr massiv, sehr stabil gefertigt. Und auch hier ist wieder Zubehör dabei. Nochmal ein Linsenreinigungstuch plus Inmoschlüssel plus Schraubenadapter, die ich gegebenenfalls zur Montage brauche. Und das Teil gucken wir uns natürlich auch im Praxistest unter rauen Bedingungen einmal an. Und dann gab es noch ein kleines Goodie dazu. Für mich als alter Heide ein aber trotzdem cooles Tool. Sprich, ein Universal-Tool für alle gängigen hier zu findenden Imbusschlüssel. Beziehungsweise eben für die klassischen hier unten Fixierungen dann der Kamera auf der Schiene. Finde ich super cool. Hat mir wirklich gefehlt. So ein Tool, was ich in meiner Fototasche habe, was ich für alles nutzen kann. Vielen Dank dafür. Und was ich dann auch noch haben wollte, weil sich das bei mir in der Praxis bewährt hat, ist ein bisschen Gucci-Zubehör, hätte ich fast gesagt. Aber es ist gar nicht so verkehrt. Ich habe das wirklich gemerkt. Es greift sich besser. Das ist hier mit so einer Anti-Rutsch-Beschichtung ausgestattet. Und sozusagen Wraps für die Beine des Stativs machen das Ganze aber deutlich griffiger. Sprich, selbst das Carbon ist halt sehr glatt. Aber dann im Wettkampf mit nassen Händen auf der Jagd, mit feuchten oder kalten Händen, kann ich es einfach besser greifen. Und was ich auch lieben gelernt habe bei meinen anderen Stativen, ist hier nochmal unten eine Tasche. Im Wettkampf nehme ich sie tatsächlich immer ab. Da stört sie mich. Auf der Jagd mal so, mal so. Gerade jetzt mit Wärmebildkamera finde ich es wiederum sehr genial, weil dann kann man eben da auch mal die Wärmebildkamera ablegen, wenn man sie sich die ganze Zeit um den Hals hängen haben möchte. Aber beim Training unerlässlich, weil da kommt dann der Windmeter rein. Da kommen meine Dope-Charts rein. Da habe ich dann alles, was ich mir nicht in die Tasche stecken möchte. Direkt hier unten in den Taschen beim Stativ. Oder ich kann hier tatsächlich noch Gewichte reinfüllen, wenn ich mehr Last auf dem Stativ haben möchte. Ich finde schon eine runde Sache, was sich hier Sunway Photo ausgedacht hat. Und ja, bin sehr froh, dass sie mir das zum Testen zur Verfügung gestellt haben, zu einem fairen Kurs, sagen wir mal. Insofern, ja, für euch an dieser Stelle erstmal der Break. Ich packe die Sachen jetzt ein, denn es geht in ein paar Tagen wieder ab nach Dänemark zum Long Range Schießen. Und da wird alles nochmal ausgiebig in der Praxis getestet. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr dann auch im Praxisteil, im Fieldtest mit dabei sein könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt keine Ausreden. Ab nach draußen, geht jagen! Vielen Dank für's Zuschauen!